Total verrückt, das ist Rova, der erste Hund, der dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff lebt, auf dem neuen größten Kreuzfahrtschiff der Welt, Icon of the Seas. Ja, und man dachte sich, Mensch, es wäre doch schön, wenn man einen Hund hätte, der so ein bisschen da ist für die Gäste, der für die Crew da ist. Ja, und deswegen hat man nun diesen Golden Retriever an Bord geholt, wobei man natürlich sagen muss, wenn 7000 Leute den streicheln, das ist ja wirklich ein tagesfüllender Job. Aber er kann dann natürlich auch mal raus auf die eigene private Insel, zum Beispiel von Royal Caribbean Coco Key und ansonsten natürlich an Land. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn davon? Hund auf dem Kreuzfahrtschiff?